Janu Vakra Parivrita Bakasana, die Seitkrähe mit gebeugten Knien. Vivian zeigt, wie es geht. Hände etwas schulterbreit auseinander und dann gib das rechte Knie auf den linken Oberarm, hebe die Füße hoch und balanciere dich auf den Händen. Dies ist Janu Vakra Parivrita Bakasana, eine einfache Variation der Seitkrähe. Alle Infos zu allen Variationen der Krähe, Kakasana, auch Bakasana genannt, auf wiki.yoga-vidya.de